Hallo, hier meldet sich Frank Winnig. Ich bin der kreative Kopf von Das Weiße Büro, der Marketingagentur für Profimakler. Wir sehen uns hoffentlich am Freitagnachmittag in Köln beim Immobilienprofi-Meeting. Dort stelle ich Ihnen dann zwei Menschen vor, die mich mit ihrem Marketing nachhaltig beeindruckt haben und die zu zweit geschafft haben, einen Jahresumsatz von einer Million Euro. Werner Berghaus und ich werden die beiden fragen, wie viel Prozent sie davon in ihr Marketing setzen, welche Kanäle sie bedienen und wie sie es geschafft haben, 90 Prozent ihres Werbeetats auf den Immobilienplattformen einzusparen. Ich erzähle Ihnen dann auch, wie und warum eine Tankstelle und ein Physiotherapeut eine wichtige Rolle gespielt haben bei einem Reingewinn von 350, 350.000 Euro. Und natürlich wollen wir wissen, wie sie das eigentlich handeln, den Verkauf von 60 Privatimmobilien und 50 Wohneinheiten eines Bauträgers. Und für alle, die mich nicht so gerne auf der Bühne sehen, habe ich diesen puscheligen Gast dabei. All das, all das und noch viel, viel mehr beim Meeting der Immobilienprofis zusammen mit Werner Berghaus. Ich freue mich.